Hallo da sind wir wieder bei Skyblock nicht wahr? ja sag ich ja das stimmt ich hab schon wieder drei Starpacks so ich hab auch noch einen ok wir machen weiter wo wir aufgehört haben ja ich hab mir vorgenommen weil die da war ein bisschen umzustellen hast du einen Eimer? äh ja ich habe einen Eimer zum Glück ist der da geblieben oh Gott der ich hab der wär ja fast verbrannt das wäre schlecht gewesen ey gib mal den Eimer ich möchte gerne mal die Lava um bitteschön da ist noch Wasser drin aber egal ah ne zu schlimm wir brauchen kein Wasser oh hier liegt auch noch ein Zeppelin und noch einer hier ist fünf Stück ich werde mich mal darum kümmern die Insel heute auszuweilen ohne zu sterben ich bin nämlich eben leider einmal gestorben ich hab all mein Zeug verloren das brauch ich den da Paleo Bitteschön mhm okay es waren sehr wertvolle Sachen da dabei aber das ist nicht schlimm wir bauen uns einfach zur nächsten Insel und klauen das wieder aus der Truhe da war erst mal entfernt so ich würde sagen wir bauen die erweitern die insel jetzt so langsam mit holz das ist glaube ich schlau jetzt darf überall weg den stein abbauen so das heißt der muss da hinfließen um einmal dieses spänen im chat du kannst ja wieder Haller reinschreiben das wird kleingeschrieben wenn man das hochschreiben will aber das ist ja schon Haller Prozent wir warten mal bis Tageswort Oh Gott auf unserer Insel ist ein riesiger Baum gewachsen Oh warte ich sehe es nicht ich sehe es nicht Oh gut du hast da Wasser runterlaufen lassen das ist sinnvoll wieso falls wir mal zufällig runterfallen sollten ja auf der Seite habe ich es aber nur gemacht um den Wasser einmal zu leeren wir können außerdem überall außenrum Wasser machen ja dann können wir nämlich nicht mehr so schnell runterfallen das wäre ganz sinnvoll ja mach ich gleich habe gerade Lava im Eimer im Eimer so so jetzt mach ich nur also gut die Hörer muss da hinfließen das heißt auf der Insel auf die ich mich gerade hinbauen will da sind ein paar Monster drauf darum bin ich da jetzt nicht hingegangen da ist ein Skelett und ein Zombie und wir haben keine Schwerter ich mach uns schnell ein Schwert ich hab'n oh geil ich hab' was gefunden ich komm' hier das leckt ein bisschen drum so mal sehen ah das hat ja Leckt das ein bisschen oder leckt das sehr ein bisschen dann ist ja gut Prozent so ein Mann hier noch so wie das Ziel und Buch ich habe es für das richtig ich ich er aber so wie der Buch beschrieben nein also es wird jetzt ein Kaktus Guck dir mal den Kaktus an. Oh, er hat ein Baby bekommen. Süß, süß. So, äh... Braucht dringend mehr Holz. Hier schießt ein Skelett auf uns. Und das will nicht kommen. Ah, Hilfe! Das schießt auf mich. Eine Spitzhacke, wie viel? Drei Angriffe habe ich. Meine Spitzhacke. Oh, man sieht eine Lebensanzeige über dem Skelett. Ja, habe ich auch bei den Creeper alle gesehen, die letztens. Das soll mal aufhören, auf uns zu schießen. Ich habe leider kein Schwert. Jetzt kommt es, es kommt, es kommt. Okay, warte, ich hab... Ah! So, endlich. Was haben wir bekommen? Wir haben Knochen bekommen. Cool, Knochen. Komm, die Pfeile, nee, die Pfeile kann man nicht einsammeln. Schade. Schade, ja. Äh, ja, schade. Aua! Pfeile ist auf mich runtergefallen. Oh. Oh, der Kakt, oh, nicht, hab' ihn angenommen. So. So. Äh, mehr Holz. So. So. Äh, mehr Holz. So. 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 Einmal Holz, Kohle, jetzt mach' ich uns erstmal wieder Fackeln. Dann kann ich mich nicht wieder so doof spawnen. Hm. 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 Mhm. Das heißt, von hier oben kommt dann die Lava darunter und dann ist es dort hinten eigentlich perfekt. Ich mach' uns mal beide ein Schwert, ja. Ich hab'n Diamanten. Oh. Ist gut. Woher? Keine Ahnung. Okay. Etwas gruselig. Wahrscheinlich, wenn man Mops tötet oder so. Ja, das wär' ja ganz praktisch. Dann können wir ja doch ihr Ziele abarbeiten. Okay, äh, ich gebe dir ein Schwert. Bitteschön. Weil ich so nett bin. So sozial. Ja. Steint. Ähm. So. Zwei und dann ein dort. Ach, meine Haare. So, jetzt seh' ich auch wieder was. Mhm. Okay. Holz, Holz haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen, ganz ehrlich genug. Okay, da ist immer noch der Zombie und das Skelett. Oh, ich hab' die Karotte. Oh. Die Karotte bringt zwei. Ja, das ist viel. Oh. 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 Woher kommt's. So, ich baue mir das mal wieder ein bisschen eher da. Uh. So, ich baue mich mal zu der einen komischen Insel. Oh, jetzt ist der. Oh nein, der Ambrot ist runtergefallen. Oh nein. Oh nein. Wie lange ist das? Wie lange spielst du schon Minecraft? Weiß ich nicht. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Bestimmt. Ich bin seit zwölf. Selbstverständlich. Seit zwölf Uhr. Hast du noch Stein? Ja, ganz was. Oh nein. Du hast ein Schwert. Ich hab' den Schwert gegeben. Oh, ja, stimmt. Verdammt. Oh, kein Schadensrecht. Oh, kein Schadensrecht. Oh, kein Schadensrecht. Oh nein. Oh nein. Du hast ein Schwert. Oh, kein Schadensrecht. Nichts kaputt gemacht. Schon gehabt. Speedboost. Im Chat steht Speedboost. Wieso hast du jetzt zwei verschiedene Wege gebaut? Die eine für zum anderen Insel. Ja, da hast du noch Stein. Ja, zwei Stück. Wieso? Ah, das reicht nicht. Ähm. Hier, ich geb' den Spitzacke. Erstmal das Holz hier wegmachen. Okay, es wird Tag. Dann verbrennen gleich die Viecher, solange die nicht unter dem Raum stehen. Ich hab' ne Holzstufe bekommen. Ne Holzstufe? Ja. Ja. Äh. Wer's braucht. So. So. Jetzt haben wir wieder'n Cobblestone-Generator. Und ich wollte den Andy auf der anderen Seite erweilen, aber... ... ... ... ... So. Oh, das blendet. Hast du ne Sonnenbrille? Ne. Schade. Das ist der Cobblestone-Generator? Ja. Okay. Bauen wir ab. Das funktioniert. Ja, funktioniert. Nicht. Doch. Nein, der ist tödlich. Der Ende tödlich. Dem würde ich umgestalten. Ach. Das passt schon. Man rutscht mit dem Wasser immer da rein. Oh. Oh, Hilfe. Hilfe. Nein. Sag' ich ja. Oh. Ey, ich hab' wieder ganz viel Wasserpulver. Ich bin wieder in diesen komischen Teil hier, Mann. So bin ich eben auch gestorben. Ja, ich auch. Ja, das muss ich nochmal zurückfinden. Ähm. Äh. Da ist die Wand. Pack jetzt hier mal alles wertvolles. Alles wertvolle da rein. Ähm. Schrägstrich Farb. Ähm. Games, ne? Äh, ja. Games. Games. Was ist das? So. Da haben wir auch noch Holz. Ah. Okay. So. Aufbauen. 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 Und da können wir uns ja noch nicht machen. Doch nicht. Komm' nix schön. Komm' nix. So, ich bau' mich jetzt mal nach da oben. Und bau' noch da oben. Ich bau' noch mehr Holz ab. Hm. 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 Ah, da. Okay. Uuuu. Uuuu. So. Und wir können hoch. Durch. Und ich bin im Boden. Ich hab' Zuckerrohr aus'n Baum bekommen. Hm. Mann, was ist das Spiel realistisch. Ja. Oder ehrlich gesagt der Server. Wieso hab' ich eigentlich... Ich hab' kein Glück dran. Ich hab' nen toten Busch aus'n Baum bekommen. Wofür brauch' ich sowas? Hm. Das unlogischste ist immer noch Seerosenblatt. Das ist das unlogischste. Mit zu gucken. Nee. Nee, nee, find' ich nicht. Ja, gut. Manchmal wachsen an Bäumen auch Äpfel. Nein, das unlogischste in Minecraft ist äh, Äpfel an Eichen. Ja, das ist sowieso dämlich. Ja, es gibt Mods mit Kirschbäumen und Äpfelbäumen. Ah, Äpfelbäumen. Süßes. So, an das Holz wär' ich eh nicht dran gekommen. Dann kann's auch gleich runterfallen. Mann, dauert das lange. Ja, das dauert ganz schön. So, jetzt Text Shopback drin. Du machst jetzt nen Text Shopback. Ja, ich hab's was ich denn grad erfüllen lassen. Oh, mein Chef liegt hier noch. Und ein Zapping. Äh, es gibt noch unlogischere Sachen. Was denn? Ich hab aus dem Baum grad einen Stein bekommen. Ah, hier liegen ganze Rezeptplicks. Hauer. Ich bin runtergefallen. Tolls. Meine Axt leicht neigt sich dem Ende zu. Vor allem, weil ich hier noch mal Laubach brauche. Ja, ja. So schlimm. 3, 2 und 2. Ah, da bist du. Was? Mann. Hast du das Schild? Nein. Oh, das ist wahrscheinlich. Gott gesagt, oder so. Ja, verbrannt. Wahrscheinlich. Oh, er wird sich drunter gefallen sein. Ähm. Jetzt haben wir aber auch echt viel Holz. Test. Verdammt. Äh. Stein haben wir nur zu wenig. Das lag schon ein bisschen. Ich hab jetzt gerade genügend FPS. Hä? Nein. Wie sollen wir überhaupt die Kakaobohnen anpflanzen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Hab ich grad ne Leiter bekommen? Ja, ich hab ne Leiter bekommen. Überragende Logik. Hier. Guck mal, ob du die Kiste öffnen kannst. Nein. Ah, da funktioniert das Schild. Okay. Das ist jetzt meine Kiste. Oh, mein Buch ist weg. Nein. Oh, Mann. Mein armes Buch. Ah, hier ist ein neues Buch. Ui. Warum machst du das als privat? Ist das nicht etwas sinnlos? Nein. Doch. Nein. Ach, sehr Zucker. Vor allem weil das ein Together ist. Nein. Und kein Against oder ein Versus. So, ich hab genügend Holz. Ich hab vier Stacks. Das ist gut. So, dann gehen wir mal da hinten wieder rüber. Und ich muss wieder was essen. Äh, einen Keks. Der halt nur ein. Äh, wir haben übrigens wieder 15 Minuten. Okay. Ah, dann... Bis zum... Nächsten Mal zur nächsten Folge. Ja, was wollte ich gerade sagen. Bis zum nächsten Mal zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Tschüss.